Malzeit! Hallo! Akademie der Protospiele 5 Mal haben wir schon versucht die anzumelden 80 Stunden gewartet für einen Dungeon und jetzt gerade neu angemeldet ein einziges Mal und sofort kommen wir rein was ist das denn? Geht's los hier? Ich bin von fertig ey Weil eben gerade ist Kaiser Franz rausgeflogen weil sie neue IP bekommen hat in dem Moment ging das auf und wir konnten nicht beitreten weil sie ja nicht da war und jetzt so viel schon drin anrufen wir hier rein oder was? Wir möchten dass Sie unsere zukünftigen Kunden die Gefahren, die sich auf Nexus erwarten überstehen. Er ist der Tank da oder was? Muss er ja ne? Ihre Gegner wurden von Tankmaschinen und Supercomputern genetisch erstellt so aus Ich muss das sehen Ich kann mir nicht aus dem Grimmen raus ich dachte wir würden sie verarschen oder was? Ich bin der Tank! Wieso bin ich denn der Tank? Oh fuck Guck mal ich bin der Tank Wieso wird da bei mir angezeigt dass ich der Tank bin? Weiß ich nicht Ich bin doch nicht der Tank Oh shit Ich häng fest Du auch? Ich häng fest Ich häng fest Aha wie das denn? Oh shit Meine gehen... doch jetzt sind sie kaputt Wenn unsere Deadcamper es nicht schaffen ihre Unterbrechungskünste zu koordinieren Ohohohoho Alter was ist denn das hier? Ich krieg ja auch irgendwelche Scheiße hier jetzt angezeigt Mann Ist der tot jetzt oder? Ist der tot jetzt oder? Ich bin tot Ich wurde gefesselt Ahhhhh Totifick 1-0 Sooo Ich hab doch gar nicht als Tank herangeklickt Ich würde nie als Tank herangehen Ich hatte tanken Ne echt? Was ist denn das? Wir leben hatten ja überhaupt noch Ich wurde schon wieder gefesselt Meine Fresse Scheiße Die hängen immer noch fest hier Ahhhhh Da komm Das blöd ist wenn du tanken bist Gehen hier von außen Du kennst das ja ne? Ja Ich weiß nicht Könnte sein ne? Was ist das? Scheiße Oh Scheiße falsche Knopf gedrückt Oh Jetzt hab ich gesehen dass er fast weg ist Ja Was hab ich jetzt denn? Ich bin auch irgendwie Irgendwas hab ich hier Ich kann grad mal gar nichts machen Ja eben Da ist was Bis du über deine Waffe gelaufen bist Was? Wo ist meine Waffe? So Äh Äh Der hat mir die Waffe geklaut Oder was war das? Ist ja insane alter Nan 刚 Gibt hier Loot? Alter was ist denn komisches dungeon eigentlich ist ja gleich der bostle am anfang halte zum sprinten die umschalttaste muss umschalt drücken und durch zu sprinten der heiler müsste ich glaube ich wiederbeleben wenn so was geht das geht was ja nicht schlag im richtigen scheiße ich weiß es doch auch nicht meine keine reise kann ich durch wissen dass sie ständig blicken über die symbole auf die klicke und jetzt noch mal ich weiß nicht für was sie sein sollen kann ich so schnell gar nicht lesen hier ständig muss man irgendwas unterbrechen hier was ist das denn halt alte zum sprinten die umschalttaste gedrückt alter jetzt hör doch mal auf hier oh shit ja oh ja oh oh ich muss mal spielen lebst du wieder oder? ne wieder nicht ich kann doch nicht die Instanz rehearsen ne irgendwie komisch muss ja irgendwie auch lieber wiederbelebt werden oder einer muss sich wiederbeleben oder irgendwie so oder? eigentlich normalerweise ja o ja oder ja ich bin halt da ganz schön hart hier wir sind irgendwie nicht viel ich bin und jetzt ich hier ja Vielleicht wirst du danach wiederbeleben oder so? Keine Ahnung, in 3 Minuten wird ich automatisch freigesetzt, aber das weiß ich nicht Das weiß ich auch nicht, ich weiß nicht ob das sowas ist wie im Friedhof und da musst du rein oder so, aber soll man wissen wo die Instanz, wo ein Instanzeingang ist Du bist tot, verbleibe nur Zeit, bleibt keine Zeit zum Feiern Aber jetzt werde ich dich wiederbelebt Ja, da seh ich dich da hinten Ja, du musst in diese Strudel laufen, ne? Achso Hast du nicht noch diese Spritzen? Ich hab noch so eine Spritzen Rote Flecken fernhalten, ok, schon wieder unterbrechen Kriegst du diese Dinge auch angezeigt, diese Unterbrechungen, diese Symbole? Ne Muss ich das immer drücken oder was? Ist das scheiße ś Sch Ch Klopp hier echt sichere Tone, was? zieh dich zu sicheren Tone zurück oh shit oh man, nein, ich schon wieder ich wollte alter echt jetzt? oh Gott, das ist so peinlich oh Gott oh Gott ey, komm mal zehnmal so eine Entste ey, wir haben zwei Sanitäter, ey Leute könnt ihr mich nicht wegbegeben wahrscheinlich geht das nicht, weil sie sonst dann hier irgendwie weg müssen ich weiß ja nicht mal, wie das hier abläuft, ne mit dem Retzen und da hin oh, wir müssen wieder weg hier zieh dich zu sicheren, die muss mir ja gar nicht zurückziehen ne also ich steig mich ganz gut hier, muss ich sagen ja, schön, das Spiel die Indie ist krass mhm, finde ich auch ist auch einfach Gott, ey, freundlich oh, da ist jemand dort echt jetzt? oh shit ja, weil er die ganze Zeit in dem Kack da stand dieser Depp der kommt voll ich meine, hier in dieser Indie-Sterne die ist doch so simpel ich meine, man kennt die doch, ne Gott oder du stirbst auch gleich mhm naja doch ist dort fuck da gibt's doch sowas wie bei der nächsten Holobruf wiederbeleben ja, das kann man aber nicht anklicken ne schaffen die den jetzt noch? ja, ist ja schon du bist tot bei der nächsten was ist denn das hier? aktuell ausgerüstet bedarf man was hast du geklickt? ich hab noch gar nichts geklickt bei mir steht bei der nächsten Holobruf wiederbeleben oder in Stanz verlassen ja, ja, bei der nächsten wiederbeleben bei wirkendem wiederbeleben ok, bei dem oh, jetzt bin ich gleich bei dem, siehst du oh, hier kann man was anklicken ach, da ist der tote Kollege hier kann man denn irgendwie? ja, du könntest das wahrscheinlich, aber wenn du dieses andere Ding hättest dann, ne kann ich nicht kann ich nicht ja, bleibt der zerliegen, oder was? wieso heilen wir denn nicht? keine Ahnung mittleres Überlebensseminar wo sind wir denn hier? was ist das denn? im Winter sind wir jetzt ey, ich stehe hier zero durch, ne? hat die dich geschlagen gehabt, oder was? ne hoff ich ey, der Typ ist raus, ne? echt? ach ja, Disco, warte Disco Disco, Disco Gruppe, Ausschluss abstimmen ich stehe ich stehe da ist verbunden hat die ganze Gruppe verlassen ja, wie, wie kriegen wir das jetzt weiter? wie kommen wir jetzt wieder? aktuelle Gruppe, Beuteregeln Scheiße, wie kommen denn hier? ich weiß nicht, wie man es macht, dass hier mehr dass man hier wieder jemanden einladen kann Beuteregeln muss ich das hier machen, oder was? ich weiß nicht vor allem was? es ist wichtig, dass sie ihre individuellen Rollen als Teil eines dynamischen und tödlichen Empfehlungen, Beitrittsanfragen es ist wichtig zu verstehen wie wir dieses Mentor für Tomolo ach, gut äh das ist nicht ich sehe nicht zu ich habe keine Ahnung wir sind nur zu viert jetzt ach scheiße das werden wir in jedem Leben schaffen äh äh die Sterbe bei den der nächsten Gelegenheit wieder äh alter wer soll ich diese Kacke unterbrechen? ich weiß nicht, wie man unterbricht ich krieg ständig so ein Kamm ich muss ja mal raufklicken ich schaff's, ich hab nix schon wieder wie jemand anderes macht das aber auch weil ich schon wieder ja voll anstrengend hier das ist nicht W.O.W. hier das ist nicht W.O.W. hier die W.O.W. ist nix zu denen mh 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 nämlich eben dann passiert das ihr auch dass ich dann sterbe und so plötzlich lauter sachen passieren oh die Bombe die muss man mussไ mh weggehen ich kann doch gar nicht so viel kicken mann ich muss ja noch hier kämpfen aber wahrscheinlich ist es bei mir daran weil ich hier ganze klicke und dann natürlich immer noch in den bildschirm klicken muss ne das ist wohl anstrengend ey ich kann gar nicht so oft klicken das ist nicht möglich mann wir klicken hier ist das halt der nachtal wenn man nur ein klicker ist ne zerstöre bombotron mach das ein bisschen behindert ey wie oft man so mal nicht klicken hier klick das weg in einer sekunde taucht schon wieder was auf hier klick 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 genau so ist das ist echtzeit klick klick ich habe keinen bock mit ich bin das klick 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 klicken ja mach dich kaputt man klick klick ja ich klicke jetzt nicht mehr da kann nervenverklicken ne Das war scheiße im Teil Scheiße Alter, das ist irgendwie ziemlich hart, ne? Für eine einfache Indie, äh... Klick Klick Ist das sowas wie ein Recount oder so? Wunderbar, oder? Ist er jetzt tot? Ne, einfach weiter raufhauen, jetzt ist er so gut wie fast, äh... Ich glaube, ich hab Glück Was ist das denn, Heiler? Dank Wunderbar Vorsicht Stufe Ist das jetzt fertig hier, was ist los, oder? Weiß ich nicht Glaub ich nicht Mal sehen, wie gut diese Wettkämpfer mit Bedrohungen umgehen, wenn sie sich bewegen müssen Ich glaube, was? Ja Was ist das denn, Heiler-Dank-DD-Spezialist? Ja Ich glaub, da kriegt man irgendwie so'n... ich weiß nicht, keine Ahnung Oh, die gehen schon ran? Fuck you Nochmal? Da ist ein anderer Eisschrank V2-0 Alter, ich werd zu behindert hier echt Kommst du mir klar? Irgendeine Maschine wurde aktiviert, muss man die kaputt machen? Ich weiß nicht, die kann man nicht kaputt machen Ja, die scheint doch in irgendeine Richtung zu gucken, oder zu klicken Achso, die friert da irgendwas ein, ja? Habt wir sehen Okay, das wird schon ziemlich dämlich Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui Und was ist denn hier für'n Krempel grad auf dem Boden? Bist schon wieder aktiviert? Was aktiviert der sowieso? Gott, ey Oh shit Oh, das schaff ich Oh, ich hab's grad so geschafft Ich bin fast tot, ich bin fast tot Oh Gott Okay, ich hab noch einen Halt dran genommen, aber... Oder so ne Spritze da, ne? Da bin ich schon wieder, Alter Das geht ab Ey, gut, dass ich diesen Sprung hab Ich, ich bin tot Oh, dann... Heißt das mit anderen Worten Wir sind ja auch recht Ja, was ist das für'n komischer Heiler, Alter? Man sieht ja gar nicht, dass er heilt, oder? Oh, einer ist tot Jetzt seid ihr zu zweit Ja, nicht mehr lange, ne? Jetzt musst du zusehen, du, jetzt musst du's schaffen Ich schaff das nie im Leben, der hat ja wieder volles Leben Ne, er kriegt ja 71,7... Wo ist das jetzt? Fuck K-K-K-Drücken Oh, K-Drücken, wer soll K-Drücken? Ich hab K-Drücken nicht gewohnt Ich hab K-Drücken nicht gewohnt Ich hab K-Drücken nicht gewohnt Talente So, wenn... So, wenn... So, ich... Ich lese den... Ich lese den Arnold-Chat Ah, äh, jetzt ist es vorbei Nein, das war's nur Das ist ja richtig, fuck Das ist ja richtig, fuck Alter Alter Ich seh mich als Geist Kann ich mal... Ich kann mit meinem Geist noch laufen Ich kann mitlaufen Fuck, ey Ah, ich kann aber nicht zu weit von der Leiche weg jetzt Was ist das los? Ach, Gott sei'n scheiß Kühlschrank Ich hab'n scheiß Kühlschrank Hehehe Aaaaaaah Ich... Ich hab' das Gefühl, ich mach' gar keinen Schaden Ja, ja, ich seh' schon, dass er ihm verliert So ist das nicht Der war bei 77, jetzt hat er 61 weißt du wie lange das dauern wird ja ich merke das auch da die mir scheiße machst du jetzt schnell noch was zu essen oh Gott es ist natürlich blöd wenn man in der 5er Instanz dann nur noch oh ne na komm komm es ist ja blöd wenn aus einer 4er Gruppe die mal 5 waren nur noch 2 Spiele leben ja und ich bin das erste Mal hier drin oh fuckity fuck Frostmaschine auf der anderen Seite du bist die letzte ja bei der nächsten Holocraft schon wieder tot schon wieder tot schon wieder tot wo ist das die Idee scheiße wo ist denn mit so low m m ooooh Kassel an das dort mit seiner Ah, ne. Ah. Kriegt man da so'n Daff oder was kriegt man da? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung mehr. Scheiße, ob man minimieren will. Ah. Sind wir? Was ist das, finde ich? Wie die heißt? Keine Ahnung. Was steht in der Instanz? Das hat einer ausgeschrieben. Mittleres. Keine Ahnung. Wenn man ja irgendwas machteilen. Ja. Schön, dass wir alle hier... endlich spielen. Hm. Das ist... Puh. Mann, das ist krass. Ich hab' keiner mehr BUFF. Ich hab' keiner mehr BUFF. Ich hab' keine BUFFs, ne. Wie geht's los, oder was? Soll ich ran, oder was? Ich weiß es nicht. Ich hab' keine Ahnung. Bist du der Chef hier? Keine Ahnung. Hast du kaputt? Weißt du, ich bring jetzt, oder? Hm. Jetzt weiß ich, was das ist. Weißt du, was das zum Klicken ist? Das ist noch irgendein scheiß Tooltip. Da passiert überhaupt nichts. Ich klicke das immer nur weg, und dann erscheint das immer wieder, ne? Ach so. Das zeigt mir dann, dass man unterbrechen soll. Und ich klicke da wie bekloppt. Ich klicke da, als hätte es irgendein nutzen, ne? Oh, klicken, ja, unterbrechen. Oh, man, shit. Gott, dieser Ini wird dauern ohne Ende. Oh, 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 rüber, 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 schnell! Oh, what the fuck. Vor allem, es ist gut, dass wir nicht wissen, wer wieviel Schaden macht. Ja, sie machen ungefähr eine Trillion. Ja, das nervte. Oh, shit. Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh, obwohl, eigentlich war es ja gut. Das war zufällig in die richtige Richtung gesprungen. Zufällig. Alter, geht diese Scheiße auch mal weg. Ich hasse das. Ständig blinkt das wieder auf, dieser Dreck hier, ne? Mein Bildschirm ist so zugeballert hier. Achtung, die Forstmaschine wurde akzeptiert. Oh, 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 oh. Cool, du warst? So. Aber jetzt sind wir eingespielt, jetzt läuft's. Es läuft, es läuft. Oder? Guck mal, jetzt hat er schon immerhin weniger Schaden. Äh, 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 oh, andere Seite. Oh, 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 oh. Schüsse. Jetzt hat er immerhin schon weniger Leben als davor. Ich lebe länger. Ja, ich krieg irgendwie voll viel Schaden. Sag mal, heiler. Ey, lass den mal rauswählen, der ist doch scheiße. Die Forstmaschine wurde aktiviert. Oh, shit. Rüber. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Kaiser Franz ist tot. Nein, ich schicke nicht. Er ist nervvoll mit diesen Scheiß-Two-Tipps, ey. Ja. Ich weiß auch nicht, warum der mir das immer wieder anzeigt. Ich werde zum... Oh. Hierüber. Wieder zufällig in die richtige Richtung gesprungen. Guck mal, wie ich da mage mache hier. Und der sagt kein Damage, Alter. Die andere Kind. Und der sagt was wegen Damage? Ach, hier einer aus der Instanz, den ich gleich ausschmeiße. Ja? Äh, 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 äh. Puh. Kannst du dir nicht zu konzentrieren, aber... ... zu konzentrieren, aber... ... zu konzentrieren. Okay. Manche Sachen werden aber auch so schnell von dem gecastert, die kann man auch... ...den kann man auch nie ausweichen eigentlich, ne. Andere Richtung, rüber. Oh, weg Ja, gegenüberliegend hier Ich versuche immer darauf zu achten Dann brauchst du eigentlich nur mir folgen Jetzt weiß ich auch, was das für grüne Klötzer da sind Die sind halt die Heilungsdinger von dem da, ne? Ja? Ja, ja Oh, 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 oh Fast zu spät drauf geachtet, nicht am Tun drin Oh, jetzt Maul, ey, mit diesen scheiß Tooltipps hier Oh, jetzt wieder woanders hin? Ich frage dir, warum der Damage so laut ist, wenn wir alle P2 holen? Oh, wieder woanders hin? Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich kommt nochmal 15 Keine Ahnung Besser nicht, das wird halt ein 3 Stunden Video, weil in der 3 Stunden dauert hier So, jetzt Burst, Burst Boah, schon wieder rüber hier Warum blicken diese scheiß Tooltipps immer auf, ich verstehe das nicht Ou afford 위jui Oh Du kriegst immer, irgend so ne Münze die Ah, was ist das denn?! Ernsthaft jetzt? Wut? Der Schnitt der letzte zu sein, kann das sein? Ich glaube schon Hoffe ich Der wendet die Unterbrechungsfähigkeiten Hört doch mal auf, dieses Scheiße immer anzuzeigen Ach hier, X Soll ich ran, oder was? Aha, der zeigt irgendwas mal vor mir jetzt Oh, ja, jetzt will er was von mir Oh, der geht ab Der geht ab Wie leben hat denn der? Wie leben denn der hat? Keine Ahnung Über 100.000 Aber du bedenkst, dass wir alle nur 2 Damage machen Ja, bei dem muss man sich viel mehr bewegen hier Fällt mir gerade so auf Die Kriegtiere schaden sich gerade Ich habe kaum noch Leben Störbaut, Verteidigungsmaß mal Störbaut, oh, da kommt Soll ich die anderen? Ja, wahrscheinlich Ich weiß nicht, weiß nicht, wahrscheinlich muss man nicht machen Wahrscheinlich muss man nicht machen Ja, naja, irgendwas muss man ja machen mit dem Fucker Der kann man nicht Ja, wozu sind die denn da? Ich weiß es nicht Läuft er da hin und frisst sein Leben auf, oder? Keine Ahnung Mein Gott, ich dachte, du kennst das hier Oh, da kommt, da kommen mehrere Ja, wahrscheinlich war das nicht so clever Ja, aber die kann man nicht Ich kann die nicht mal Ja, wahrscheinlich Dann muss man den wahrscheinlich ausweichen Geh mal genau aus Ja, die ich auch Also, versuchen wir da nicht ranzugehen Boah, da hat er nicht gleich Ja, was denn? Das war nur einfach ein Pro-Tipp Ahaha Oh Gott, ich muss das nicht Ich kann da nicht sterben, bitte Oh Gott Ich kann mich in der Weile Da ist was Ich hatte Crit, ich hatte Crit Hast du gesehen? Der hat eine Blaser und da ist so ein Ding Und ich weiß nicht, ob man das angreifen soll Du, ich kann's doch Ich kann so auch nicht Wir stellen dir alle gegenseitig Fragen Aber keiner macht das Wahrscheinlich nicht Ich weiß nur, dass ich hier unheimlich viel Schaden bekomme Hey, der meckert mich voll Ich wollte ja gar kein Tank sein, Mann Sag ihm das mal einer Wie viel Leben hat das Vieh denn noch? Ey, ich geh ein hier Der hat ja noch die Blase, ne? Der hat doch über 80.000 Angefangen haben wir mit 110 Ja, der kriegt keinen Schaden Ja, weil er in dieser scheiß Blaser ist Ja, was machen wir denn da jetzt? Ja, keiner geht ja auf das Ding Ich weiß nicht, ob man da drauf geht Dann geh doch mal drauf Ja, bin ich doch Aber hier kommen diese Roboter Dann versuch immer zwischendurch aufzugehen Oder ist das, ist das um anzuklicken Oder was ist das? Ich weiß nicht Das ist um Das kann man nicht anklicken Ich schieß drauf Ich bin gleich tot Ich bin, ich, äh Ich kann nix dafür Ich kenn die Indie nicht Tod Das erste Mal Ich bin gleich